Heyo Leute und willkommen zu einer neuen Badwurst-Folge. Wir spielen auf Volcano und die Map kenne ich. Okay, da habe ich gestern stundenlang rumgegammelt. Diesmal spiele ich mit dem Pseudo, mit dem Konrad und mit dem Marc. Hey Leute, wir sind Marc von der Klinik und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Badwurst. Heute mit Konrad und Casey und wir haben einen random Typen in unserer Runde. Das ist blöd, aber was soll man machen? Ich mache mal wieder den Versorger. Willst du? Ja, dann muss ich überbauen, ist die Sache. Ich habe schon die zwei Teile einer Rüstung, aber ich gebe euch gleich, ich mache euch dann die richtige. Also ich gebe euch jetzt nicht so eine halbe Ding. So, der Typ haut sich schon rüber. Kaufe ich mal den Rest quasi. Schön, dass man hier auch Gold und Silber bekommt. Ich mache gleich mal ein Haare-Nisch. Warte mal, jetzt muss ich probieren. Eisen reinlegen. Achso, nee, okay, das geht hier nicht. Irgendwann habe ich gesehen, du musst einfach nur das Eisen rein tun und dann, ähm. Kann man, man kann doch irgendwie mit Hotkeys arbeiten. Ja. Und dann? 1, 2, 3, bla bla bla. Wir haben ein Gold! Geil! Aber die haben wir eine Kiste schon. Hier, Casey, 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 Casey. Hier ist immer den fremden Typen in die Kistung. Also der hört sogar, der Typ. Welcher fremde Typ? Von welchem meinst du? Den Pseudo. Dieser 1, 2, 3, Pseudo, 3, 2, 1. Achso, der! Äh, ich glaube, den kenne ich, Marc. Toll. In den Kommentaren, oder was? Ja, irgendwie, der ist ja auch, der kam doch immer auf dem Test rum, oder nicht? Kennst du den nicht? Alter, Casey, du versaust alles gerade, ne? Alles. Mann, Marc. Alles. Wer denn ist das Gold gesnackt? Casey, jetzt sei leise. Ja, okay. Ich sag schon nichts mehr. W Eddy. Hier ist der Demokraten, Steve. Äh, warte mal kurz. So. Geil. Sind wir schon drüben? Eijayai. Seht wir schon drüben? Oh, ein Eisen. Gib mir ein Eisen. Ah, hier. Schnorrer. ich habe noch nicht mal ein knüppel oder irgendwas ja ich habe alles macht ja mark schiebt ihn weg die das sind die die laut kennen muss mitleid haben mit der rot kommt die leute haben wir ja mit links wir sind grün okay warte mal ja dieser komische pseudo der steht nur rum ja super was ist das für ein typ kannst du mal kicken ja klar oh lol da kommt rot kommt dort kommt zu zweit sogar ich würde mich jetzt aber langsam mal mich equippen achtung die kommen achtung die werden nicht fertig machen alleine das kann ich jetzt schon sagen ja ich habe den stick alter ich habe mir eingebaut ja ihr macht das schon da unten so ich habe mist gebaut die können sich einfach hochstecken und von oben das bett abbauen ich dachte ich war einfach den weg zu dann wärst du dann haben näher so ein schweißer ich bin ja drei vier blöcke schon platziert und dann merke ich was ich dann was ich getan habe das wäre aber so einfach so ein paar blöcke ein paar blöcke und dann hat sich die sache ne ja 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 so denken sie natürlich nur die jugend mal wieder oh das war jetzt ein kompliment ne mark hat mir ein kompliment gemacht ihr habt das alle gehört so denkt die jugend hat er gesagt ich bin ja ich krieg mich gar nicht mehr ein das ist ganz rot Casey was los ja du hackst ja meine webcam ne ich sitz grad neben dir ach so ach du bist das deswegen leck ich die ganze zeit kann ich mal eben darf warte mal ich guck mal was für ein inventar du hast ah wieso machst du ein inventar scheiße du musst das aber anders kraften ja klar kraften im bett was ne 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 ich kann mir das nicht weiter angucken ich mach lieber mein eigenes ding hier so da ist ein bett kaputt und was ich bin nicht die jüngste bitte gib mir keinen herzinfarkt ja komm mal in die mitte ich hab ja einen bogen ich hab ja einen bogen ich hab ja schon noch entschieden dass ich dich aufnehme ganz spontan wot 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 ich glaube Conrad hat heute necht gesehen und bestätigt äh doll dieser typ was macht er warum sagst du immer unser bett ist zerstört wenn es gar nicht zerstört ist weil ich angst habe eh unser team kamerade hat schon mal ein typ weg ein team weg gehauen so also wenn jetzt noch einer hier rein will dann ok also wir sind quasi ausgerüstet ich glaube der hat erstmal zu tun ja oh ich kann einen zweiten bogen machen ich 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 bin äh relativ gut mit boge ja und hier ich will jetzt nicht protzen aber ey dieser typ ist scheiße ehrlich gesagt so will ihn dafür abschießen das ist schon klar wo sind die anderen ja ich hab die gold ähm da kommt ein wir haben heute übrigens in der stadt dom wars gespielt grüner ok ich wollte gerade ein grün abschießen also mich hä 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 ja da kam nur was ich kann ich meine meine augen sind auch nicht besser Leute ne damit war bescheidweise so in der kiste sind noch vier gold so ich glaube bescheidweise wenn die kommen ich habe eigentlich eine rüstung bei mir drinnen so äh jetzt brauche ich noch wieder blöcke meine fresse ok dann mache ich mir erstmal ein schwertes zusammen von pp sagen würde meine fresse schwertow 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 nein klick 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 so also ich bin äh ausgerüstet äh so was gammelt ihr denn hier auf dem weg rum ach man macht wieder seinen safety gun ja und versuche andere leute runter zu schießen das macht man so oh Gott wir werden angeschlossen Kassi Kassi wir können hier runterfallen das ist echt schlimm hier so und den nächsten vier gold ich sehe nichts äh kannst du dem anderen Typen auch einen Bogen machen ich schieße lieber auf unser home base ne ich kriege erstmal noch das gold zur base und nicht gewährle guck mal mehr wo sind die gammler denn alle da ist nichts Mann oh ja getroffen oh du brauchst du futtern ich hab einen runter geschossen gefasst zack zack ich mach mal was zu futtern so gleiche das nexisch ach übrigens hatte ich ja letztens ne map äh zwölf mal zwei gespielt echt erst mal hat das ewig gedauert ich glaub 35 minuten hab ich zusammen geschnitten wieso lol okay ich werd grad fertig hallo ich bagge wo ist mein Essen hab den getroffen ich hab doch grad essen gecrafted ich glaub ich hab den getroffen echt ja manchmal hat das Bett war so ein Bug das ist glaub ich nicht nur ein Bett war sondern ein allgemeiner MC Bug auf jeden Fall ähm weil das relativ witzig ist hat niemand von den ganzen leuten da zwölf leuten das Bett eingebaut oh shit ich hab ihn getroffen da war ich voll voll zuständig dass die das Bett einbaut äh dass ich das Bett einbaut aber wir haben trotzdem verloren oh ist der saftsack ne 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 lass mich mal lass mich mal lass mich mal hier an die Suppe heiß und fertig ja ich hab ihn Alter war ich mal getroffen meine ich will auch ach schieß ich blind Martin ich hasse das wenn die Pfeile so irgendwie obwohl du genau weißt dass du richtig zielst die Pfeil fliegen die trotzdem woanders sind lol und jetzt leckt dieser konische Typ auch noch unser Teammate so dann schieß ich jetzt von hier falls ich die Gegner sehen würde fast down geh zurück ne dann darf ich ja endlich mal schießen ganz genau okay na endlich wo sind die Säcke denn ach das ein grüner hä zeig deine Bogenskills ah da kommt ein blauer cool das ja wir sind ja die ersten Teams nur mit nem Bett das heißt wenn wir sterben können wir erstmal nicht drüber noch erstmal wie es worden das ist nicht cool das ist so schön das ist so toll dass du das gesagt hast sehr wunderbar ja so wunderschön so wunderschön so wunderschön ach Konrad Konrad du machst mich fertig ja der Typ ist gestorben hier hast noch ein äh und getroffen und getroffen und getroffen in der chest ein chest plate in der chest und getroffen Hi und getroffen ich hab mir mal ein Eisenschwert gemacht ne geleistet da oben ist noch ein roter ok komm mach ihn fertig mach ihn fertig wenn wir jetzt wenn wir jetzt ein töten lol wenn wir jetzt lol Alter was sind das mal wieder für wichser echt ohm ich mach das fertig dass sie immer vor meiner Schnauze hängt sorry hello h 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 Jesse h h h h h Ich bin down. So, also. Jetzt ist er mich down. Get, get, get low and no whistle go. Guck mal, warum sind die alle so auf uns fixiert? Die wissen ganz genau, dass sie keine Chance gegen uns haben, weil wir jetzt einfach mehr sind. Wir haben einen mehr in dem Team zur Zeit. Und wir können respawnen. Ja, ja. Ich habe einen getroffen, ohne zu gucken. Okay. Wir haben eigentlich gerade, sag ich mal, zwei in der Mitte und zwei in der Base. Darf ich mich jetzt mal... Wird mich denn jetzt angeschossen? Ich leiste mir jetzt hier eine Eisenspitze ab. Könnt ihr auch mal machen, wenn ihr wollt, ey. Erstmal ein besseres Schwert. Okay, du brauchst... Get, 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 get low and no whistle go. Oh, Alter, wer schießt mich da? Wie kostet das teuerste, äh, das beste Goldschwert? Nein. Komm, ich mach mal. Level 2. Sooo... Oh, lol, der Typ ist grad gestorben von meiner Nase. Marc, darf ich mir noch ein Eisenschwert machen? Ich liebe, dass Seite 1.8 fallen diese Körper ja wirklich um. Das ist so lustig, wenn die rumbacken. Marc, ich mach mir auch mal ein Eisenschwert, okay? Ja, mach. Oh, hier ist noch ein Loch. Ey, der hat mich grad durch die Wand mal wieder getroffen, Konrad. Ist auch noch ein Loch. Mensch. Oh, diese coolen Typen. Ja. Wieder die ganz coolen. Wir müssen uns irgendwie so richtig gute Klippen. Wir haben die der Mitte. Jo, der hat mich schon wieder durch die Wand getroffen, Konrad. Cool, ne? Ja, da sind die groß. Ich liebe es, ey. Geh da nicht hin, Junge, die machen nicht fertig. Mit ihren H-A-C-K-S. Ich seh die gar nicht. Nein, das ist dieser komische Typ da. Also. Der rennt da drauf zwar los. Nenn dir da einfach Pseudo, dann musst du nicht diese ganzen Zahlen sagen. Hä, hä, wogegen haut der da? Ich seh die Leute nie. Wie? Ja, die werden auch nicht immer gerendert. Das ist Kacke. Heke. Kacke. Siehst du, du hast schon einen nordischen Akzent, muss ich sagen. So einen Hamburgerischen. So, und? Hamburgerischen. Oh, ist kaputt. Wie nennt man das sonst? Dremischen? Dremischen. Vier. Vier vor allem, ne? Lo, Alter. Ja. F-I-R. Vier. Ach, noch höher. Die Typen erinnern mich schon irgendwie an Heke, muss ich sagen. Erinnern die sich nicht dran oder sind sie welche? Nein, das weiß ich nicht. Ich kann ja nur vermuten, aber ist schon irgendwie verdächtig, wenn die immer treffen. Hm. Ja, guck mal. Ja, klar. Ich bin schon im Gang und die treffen mich noch. Natürlich. Ja, logisch. Ja, logisch. Hallo, die treffen mich hier. Ey, Konrad. Ja. Darf ich dir mal kurz beweisen? Darf ich dir mal kurz was beweisen? Ja. Dass das keine legitimen Leute sein können? Ich bin hier. Hallo. Hallo, ich bin hier und wurde getroffen. Wie geht das? Weiß ich nicht. Ohne Hex. Seit wann kann man durch Wände schießen? Ist das entflohen? Ist das eine neue Funktion? Ja. Weil das ist jetzt schon abgastvoll gekommen. Also nicht in jedem Spiel, aber. What the fuck? Was war das denn für ein Geräusch? War nicht von mir. Ich hab selber gehört. Oh Gott. Bau mal die Wand ab, du Pseudotyp da. Bau mal die Wand von denen ab. Aber die schützt uns doch, Casey. Die schützt uns doch, Casey. Nein, Casey. Bau dir überhaupt ein Schutzschild, man. Casey, du stehst hier so offen rum. Na und? Und wenn das Hacker sind, können die dich auch vom Weiten treffen. Die können dich runterschubsen, wie sonst was. Ich würde mal aufpassen, ey. Liebe Alienwoller. Ey. Oh, sie haben mich getroffen. Ja. Ja, von wo soll ich denn sonst schießen? Von hinten seh ich sie ja nicht. Das ist ja die Kacke. Ich hör irgendwas bauen. Also wenn die mich jetzt beim ersten Schuss treffen, ne, dann... Siehst du die, Mark? Nein, ich seh die von hier ja nicht. Ach, das ist... Ich hauste das. Dann müssen wir sie eigentlich irgendwie mal hinten rum zu den anderen Basen bauen. Wieso? Die Basen sind doch schon kaputt. Ja, trotzdem. Dann von hinten anschleichen, meine ich jetzt, Mark. So. Und jetzt haben wir nur einmal Platz wieder für einen, der schießen kann. Oh, warte mal. Finde ich scheiße. Oh, die snacken sich das Gold ohne Ende. Jetzt hieß du sie doch, oder was? Ja, von hier aus... Naja, jetzt seh ich keinen mehr. Gerade. Entweder ist da keiner, oder... Einer müsste sich umbringen. Da... Wir müssen unser Bett zerstellen. Dann müssten wir uns umbringen. Keiner anderen spektaten. Da kommt einer. Zwei Stück. Kommen sie von oben? Ah, ich seh nichts. Ich glaub, sie kommt von oben. Dahinter teleportiert sich einer. Was? Ich hab dieses Tim, Tim, Tim gehört. Das ist, äh... Wenn sich eine teleportiert. Ich hab's aber nicht gehört. Loll. Ach. Jetzt reicht's mir. So, so kannst du nicht mehr runterfallen hier. So kannst du perfekt. Priesen. Oh, yeah. Noch höher. Mach doch, mach doch. Jetzt müsste ich so perfekt treffen hier fast, Mensch. Das ist ein lange Bett, wo es runde wird. Macht nichts. Ich hab ja keine Lust, das zu schneiden. Komm schon, treff doch mal, du blöder Bogen. Kann doch nicht so schwer sein. Ey, der müsste doch getroffen sein, oder bin ich noch tiefer? Jetzt hat er mich schon wieder getroffen, ohne dass er sich gezeigt hat. Ja. Eindeutig, muss ich sagen. Eindeutig. Ey, das geht doch... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das sind, also, komm mal halt. Endlich eingetroffen. Stell dich mal an die Schwelle hier. Das ist lächerlich. Stell dich mal an die Schwelle. So zwei Blöcke entfernt. Hier so ungefähr. Eins, zwei. Genau hier. Ja, ja, ja. Stell dich mal ein bisschen weiter noch. Hier zu drei. Drei Blöcke. So. Jetzt warte einfach mal ein bisschen ab und treffen sich gleich. Sofort. Aus dem Winkel. Aber gut. Ich will mich mal wieder. Man darf ja nie, man darf ja nie sagen, oh, das sind wirklich Hacker, weil sonst schreiben die Leute wieder in die Kommentare, äh, äh, eigentlich ist das kein Hacker. Man hat das gesehen bei Minute 27,3. Ähm, da sieht man ganz genau, dass die einiges brauchen, um zu helfen. Ich hab das mit dem Teleporter gehört. Ja, ne? Vielleicht hört man das nur, wenn man in der Nähe ist. Das glaub ich nämlich. Ja. Kassi, das nützt ihr nen Scheißdreck, wenn sie sich in der Mitte das Gold snacken. Wir haben ja hier auch Gold. Ne? Wir können uns auch schön gut equipen, muss ich sagen. Mit der Zeit. Und deshalb können wir uns ruhig... Yo! Seelenruhig alles holen, was wir brauchen. Hilfe, Marc! Ich muss... Ich bin hier nicht mehr im Tunnel sicher. Habt ihr das Bett zugebaut? Ja. Aber das ist natürlich gar nichts im Ernst. Das ist schon wieder ewig lang diese Folge, ich merke das auch. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, oder? Ich mein, ich hab ne Eisenspitzhacke, was will man mehr? Ich könnte noch einen besseren Bogen vertragen, ganz ehrlich. Ich auch, was hast du denn für einen Bogen? Ja, ich wollt grad sagen, wenn einer so nen richtig guten Bogen hat, dann... Schau mir mal den Level 2er Bogen, weil das andere ist Goldverschwendung. Sagt das... Er sagt, ähm... Ich hab jetzt Level 2 Bogen geholt. Hab mir auch mal ne neue Ironpick Eggs. Was kostet den Level 2 Bogen? Äh... Sieben. Achso. Sieben Gold. Okay. Toll, du bist schwanger. Voll der Hammer. Ja. Dieser Typ fehlt hier grade. Jetzt ist er... Das ist einfach nur zum Heulen hier grade. Ja. Ja, 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 ja. Noch ein Level. Infinity 1. Infinity 1. Ach. Ja. Guck mal, sie versuchen rüber zu schießen. Mal sehen, wie lange er braucht. Mal sehen, wie lange er braucht. Mal sehen, wie lange er braucht. Kann man von diesen Leuten erwarten. Oh, ich hab ihn noch mal getroffen. Alter, yo. Von dem Winkel triff ich gut. Ja, geh noch an die Seite, du Loaf. Geh noch an die Seite, du Loaf. Nützt hier ein Scheißdreck. Ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt hier noch machen wollen. Ich weiß auch nicht. Das ist schon wieder so eine langweilige Folge, weißt du? Ja. Du hast nur diese Gegner, wo ich vermute, dass es... Okay, da ist einer wohl ausgetimt. Äh, nein, aber... Weißt du, das ist jetzt so langweilig wieder. So schrecklich, echt. Ja, komm. Mach mal das beste Schwert und dann rasch rüber da. Ja, haben wir doch. Ja, wir haben auch das beste. Dann hol dir Goldäpfel an, wir haben nicht so viel Gold, um das zu kaufen. Ich lass mal meinen Bogen und hier... Doch, wir könnten drei Goldäpfel machen für uns alle. Ey. Oder ich lauf jetzt einfach rüber. Ich hab zwei Schnitzel und das war's. Dass hier ein Pfeil gelandet ist, ist schon sehr verdächtig, oder? Oder, nee, wisst du was? Ich nehm einen Knüppel, ich opfer mich mal, oder? Guck mal. Kann ich mich opfern? Hier war grad ein Pfeil. Das ist doch nicht mehr normal. Von unten drin, oder so? Was? Ich würde nicht mit nem Knüppel, wobei, der hat einen guten Rückstoß, ne? Wieso höre ich... Ich höre einen Countdown? Magst du euch mal aufwogen, der bis zwei machen? Ja, ja, kannst du machen. Leute, ich höre einen Countdown. Ja, das ist ein... Das ist dieser Teleporter Countdown. Alter, wir haben noch einen, und zwar blau, ne? Also rotbelagern uns ja nur, aber wir müssen auch um uns im Blau kümmern. Ich versuch' die mal ein bisschen... Ich versuch' die mal ein bisschen... Aber schau' die jetzt das kleinste Problem. Ich versuch' die mal ein bisschen... Trotzdem, der ist auch gut equippt. Tausendprozentiger Sicherheit. Ich meine, wir haben genug, äh, Sachen um, äh, die andere Ausrüstung wieder. Ich glaub' die teleportieren sich von der Gold-Plattform nach Hause oder so. Warte mal kurz. Wir sind am Ende hier. Einer sollte oben bleiben, oder? Lenk' die mal mit den, mit den Bogen ab. Okay. Aber die sind nur noch zu zweit. Das ist gut, das hab' ich gar nicht mitbekommen, dass die nur noch zu zweit sind. Da komm' ich seh' zwei Namen. Der Pseudotyp hat einen getötet. Die sind in der Mitte? Ja, die sind in der Mitte. Ja. Ich brauch' neue Blöcke. Dann die werd' ich abgeben. Wieso hör' ich, wieso hör' ich, äh... Warte mal. Oh oh. Wieso? Wieso hörst du Schüsse? Hast du gefragt? Ja, warum wohl? Dreckswichser, ey. Guck mal, die merkt, sie wissen schon wieder alles. Sie wissen überall, wo wir sind. Immer. Ja, es ist... Guck mal, jetzt bauen sie hier sogar durch. Guck mal, ja süß. Guck mal, die treffen mich sogar von hier. Ja, das versteh' ich auch grad nicht. Hecker, hecker, hecker. Jo, die haben mich bisschen diese Überführung getroffen, Marc. Nee, 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 du opferst dich nicht. Wie gut, können die eigentlich treffen, Marc? Ja, find' ich auch. Find' ich auch ein bisschen armseilig, muss ich sagen. Ähm... Wieso seh' ich nur noch einen Namen? Sinfgurke. Soll, er ist hier, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Aha, scheiße, jetzt hätt' ich ihn weghauen können. Schade, echt. Ich hab' ihn getroffen. Ja, klar, mh, auf der Schwelle. Wo ich dann hinterm Block war, trefft er mich, ja. Ja, ich, ich... Alles klar, alles klar. Ja, ja, ich versteh' schon. Wie ist hier nur einer? Es macht mir eins. Guck mal, er hat mich hier getroffen. Hier. Du hast... Geh zurück. Geh zurück, geh zurück. Geh zurück. Ja, das sind Aim-Botter, meiner Meinung nach. Ich werd' das auch als Videobeweis irgendwie, weißt du? Dann kannst du aber auch einfach slash-report. Gut, dass wir aufnehmen. Dann kannst du aber auch einfach slash-report. Ich sag' einfach slash-report machen, Marc. Ja, guck mal. Das sind eindeutig... Wie er teleportet? Mag. Man reportet jetzt aber anders als ein Videobeweis. Wie lang soll das hier noch? slash-report. Ja, aber reporten jetzt ja nix, weil mal die haben ja keine... Aber der Blaue hat die... Der Blaue hat die überrampelt. Der Blaue hat die überrampelt. Ach, der ist so ein Blauer? Schlei, 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 jlei, schlei, 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 schlei. Der... Ich komm mit in Spitze. Bleib... Sneak, 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 sneak! Wer folgt den Blauen, wer folgt den Blauen, verfolg den Blauen. Huh, wo, was, wer? Ja! Wir haben gewonnen, alter! Wir haben gewinnen. Wir haben gewonnen... möglich die E-Pilzern in der Tat wie die hier wie die Runden verhandelt Ruten die Runde ist an der alles klar und Prozent ja auch wie sie was dann kann ich nein Speller bis dahin tschüss